Hallihallo Leute und ja wieder zurück bei Let's Play Pokémon Chaos Black äh neue Aufnahme jetzt ich äh letztes Mal sind wir stehen geblieben in der siebten Etage soweit ich mich erinnert ja ja genau äh und wir müssen hier aufräumen wir sind die Putzkolonne jeder Dreck muss raus und ach ja wir wollten Graf auch noch hoch trainieren was hier sehr gut funktioniert mit deinem Bodentypen Eis ist natürlich scheiße Tempo ist nicht gerade das wahre boah ich muss jetzt wieder okay Eis ist doch ziemlich gut hab nichts gesagt Eis ist perfekt okay wir haben wieder ein volles also Pokémon alle gehealt wir sind ja letztes Mal noch rausgerannt und wieder reingerannt genau super effektiv kein Problem zubert ja da hauen wir noch einen Donner Punch rein oder auch zwei wir leveln hier ziemlich gut hoch das finde ich ganz toll also ich hätte nicht gedacht dass wir hier noch hochleveln können hätte jetzt eher gedacht dass wir keine Ahnung wieder ein Anfangsgebiet müssen nein nein ich will nicht wechseln da reicht auch das hier so besiegt ja und hier runter kommen wir erst mit einem Kartenschlüssel okay das heißt hier links waren wir noch nicht da ist noch ein alter Wissenschaftler den umgehen wir einfach und holen uns Calcium gut für die Zähne und auch für die Pokémon okay der nächste aha das gefällt mir gar nicht ich glaube nicht dass wir es überleben werden Elektro ist natürlich super vor allem Selbstzerstörung ja ja das genau das wollte ich sehen ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist sollen wir es mal versuchen einfach ich dachte jetzt kommt wieder ein Elektro Typ vergiftet das hat es gebracht nee das hat es nicht gebracht aber naja ähm das sollen wir gegen S bleiben einsetzen ist komm Schützer da fliegen hoch runter weg ach Mist hat es überlebt was Rokzuki hat nicht funktioniert Attacke ging daneben wieso wie zum ich sag mal gar nichts dazu wir sind jetzt schon ziemlich angeschlagen wir haben keinerlei Keys hier rein das heißt wir können eigentlich nur weiter nach oben gehen und die achte Etage durch was haben wir den schon waren wir hier schon sieht so aus hier oben haben wir den auch schon ja ok dann äh haben wir hier schon aufgeräumt wir gehen noch eins weiter in die neunte Etage wie viele gibt es davon ich weiß es schon gar nicht mehr hallo du bist auch schon im Arsch ok der noch nicht immerhin das ist jetzt auch ein gut ja genau das wollte ich sehen Elektro Magnetern Pokémon wechseln wir könnten Schauflage brauchen Koffing da bleiben wir gleich drin und Rockslide oh überlebt sieht man nicht alle Tage so wir könnten jetzt überall wir müssen immer ah das ist so ein Durcheinander hier eins weiter dich haben wir auch schon oder einfach was hat der gesagt nice try but the boardroom is up ok ein Flur weiter müssen wir noch also eine Etage nein nicht Fahrstuhl danke elf ok da müssen wir hin ich seh schon ich glaube aber wir kommen da nicht so einfach rein sonst wären die ganzen Teleporter Stücke hier nicht komm jetzt Megapunch danke zu was da hauen wir noch bis genau funktioniert funktioniert der nicht bis auch ja ok wir brauchen nicht mal Megapunch auch bis ich glaube wir sind ein bisschen zu überpowered Regentanz ganz ehrlich nö Regentanz ist jetzt nicht unbedingt die Attacke die man braucht passt auch nicht zum Pokémon ja ich hab schon gedacht hier kommen wir nicht weiter wir haben aber Zink gefunden Zink ist gut für weiß auch nicht irgendwelche Dinge die kennen wir nicht mit allen Metallen aus die für den Körper gut sind natürlich wir gehen jetzt aber mal in irgendein Loch rein und hoffen dass wir irgendwo rauskommen wo es uns hilft das war falsch hier vielleicht der nächste hier ist eh nichts Mist ich geh wieder nach oben ich geh einfach der Reihe nach denke ich mal wir haben eh keine andere Wahl also in den Fahrstuhl zu gehen und wieder raus zu kommen hier unten war nichts hier eigentlich auch ne warte hier kommt es ja genau hier geht es weiter hier will ich noch rüber das heißt so jetzt kommen wir auf die Seite Karten Key na endlich ein Telefon ich dachte das wäre so ein Kartenlesegerät Mist ähm in dem Fall haben wir jetzt ein Karten Key wir können jetzt überall rein und raus vielen Dank vielen Dank jetzt brauchen wir eigentlich die Teleporter gar nicht mehr war das wirklich nur für hier oh oh du siehst müde aus hier komm hol dich ein bisschen aus finde ich sehr nett danke dass es immer noch Leute gibt die einfach mal ein Bett zur Verfügung stellen oder zwei willst du dich nicht zu mir legen okay hier ist offen können wir ach ja jetzt wie süß wie süß okay das war nicht geplant Donner vielleicht mehr auch nicht Eis sind wir vergiftet und er ist eingefroren ich glaube das kriegen wir hin und wir wischen das Pokémon Vergiftung soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen so ein Megapunch ins Gesicht sollte ja reicht leider nicht ganz ich glaube Aquaknarre okay das zieht zu wenig ich glaube ich überlege mir ernsthaft ob ich komm das mache ich jetzt einfach ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Aquaknarre hier wir haben ja als TM Open Wasserpuls ja ja hier lernen ja Aquaknarre ist so eine scheiß Attacke 40 Damage ich meine das lohnt sich nicht und das hier ist schon 60 und es ist noch möglich dass es verwirrt das bringt schon wesentlich mehr hier nimm Sticker drauf erlernt vielen Dank ach ja wir sind ja vergiftet ich sollte vielleicht wenn wir eh schon ja nochmal ein bisschen ausruhen vielen Dank ja wir gleich zweimal wir gönnen uns heute mal was und was willst du ach einfach ein Kampf okay toll ich glaube ich kann nachher gleich wieder ausruhen gehen obwohl ja nicht mal Level 31 äh ich glaube Ice Punch hat es doch am besten gebracht hier Critical It doch nicht ähm Schützer gib alles Flügelschlag reicht okay okay vielen Dank vielen Dank ich schnapp mir noch den Pokeball Hypertrunk das ist auch gut wir gehen nochmal zurück entschuldige dass wir ein bisschen hin und her aber ich nutze hier gerade mal das Bett aus vielen Dank und dann können wir sogar raus hier wir können sogar zweimal raus jetzt haben wir hier zwei Wege wir gehen jetzt einfach den hier den hier der hier schon offen steht können wir hoffentlich nichts falsch machen ist das Gary äh Sapphira ja natürlich was machst du hier und hart dich deinen Arsch retten natürlich ja ja der kommt der muss ich was Sawyer und Saffron okay wollen wir einfach mal zu verheiratern Arsch retten und die das geht ja gar nicht kämpf gleich mit uns wir hätten sie sein lassen wir hätten wir lassen sie liegen lassen wir einfach liegen wir gehen einfach weiter so wir haben nichts gesehen wir gehen einfach weiter hier in Donner Punch ja das werden wir nicht überlegen aber war schon fast klar Flug was haben wir gegen Flug haben wir Gestein Rockslide super effektiv vielen Dank level up und wir richten das Pokémon zu ich weiß nicht was das für ein Pokémon ist das jetzt kommt Aquarachas ach Simzala ähm fliegen nochmal fliegen kannst machen was es will ist weg wir bleiben gleich mal das ist jetzt aber nicht die Kartoffel oder sagen wir nicht dass das die Kartoffel ist denn dann wurde aus der Kartoffel ein fucking Baum und das wäre seltsam ein elektrischer Baum Stromleitungsmast frag mich nicht das ich hoffe das ist nicht ich ja Sand Attack weg nochmal Donnerblitz ist eine scheiß Attacke fliegen ok es war schon fast klar wir haben Schaufler ich hoffe es funktioniert am besten nochmal hier Cross Chop weg ist es war das die Kartoffel ich befürchte ja ganz ehrlich ich befürchte das war die Kartoffel die jetzt ein Baum ist oder keine Ahnung ich weiß gar nicht was es sein soll äh Wasserpuls gegen Garados komm versuchen wir es ok das bringt nicht viel Megapunch auch nicht viel bis vielleicht auch nicht aber zurückgeschreckt zurückgeschreckt immerhin ich glaube Megapunch ist die beste ist das beste was wir haben und das war es auch äh davon wir haben noch Kampfattacken Schaufler Rockslide ich glaube das ja ach wie süß Schaufler weg nein es hat überlebt ja ja hat sich selbst vernichtet ok checken Pokébet ja ja ist gut ist gut ist gut Genius ja komm Schnauze geh weg ich will dich nicht mehr sehen nee nee danke nein richtig richtig auch hier alter Bastard so was willst du ja ich bin hier um dich zu retten kannst du mir irgendwie was Lapras äh danke Nickname für Lapras ja männliches Lapras einfach mal so äh ich habe boah ich Liste entschuldige Lapras Lapras ist eigentlich ein Tank ein ziemlich guter Tank als Pokémon aber wir brauchen kein Wassertyp komm wir ich hab ich mach einfach mal so hab nen Namen ähm wir werden ihn auch äh wir werden Lapras leider auch nicht im Team haben weil wir haben schon Wassertyp muss ich kurz nen Namen schauen aber ich hoffe ich schreib's richtig entschuldige dass ich wieder weg vom Mikro gehe ok wo haben wir wo haben wir das k ok nickis einfach mal du weißt wer wenn du es siehst dann ich hoffe du bist zufrieden mit dem Lapras ich hoffe es wir haben jetzt noch einen Lapras bekommen ein sehr intelligentes Pokémon ne da hast du's du bist sehr intelligent anders als andere die ihr Sprachfehler während dem Let's Play aufnehmen wer was wo ja vielen Dank das ist ein guter Schwimmer und überquert wir haben einfach mal einen Lapras bekommen das finde ich nett das ist sehr nett wir gehen nochmal zurück Pokémon heilen nicht vergessen wir sind doch durch den Kampf jetzt ein bisschen angeschlagen und ich glaube nämlich da oben kommt schon dann der Boss wenn da schon Sephira stand dann glaube ich ist es nicht mehr weit äh ich glaube ich bin ja ein bisschen falsch abgebogen gerade hab ich so das Gefühl ich glaube ich hätte hier rein sollen ja so und wo sind wir jetzt vor dem Boss okay ich hatte recht Ice Punch super aktiv das funktioniert nochmal eingefroren ne Glücksträhne eigentlich wollte das Pokémon wechseln aber dann halt nicht vielleicht ja kriegen wir doch wir kriegen es hin cool aber sehr sehr knapp Pokémon wechseln ja und zwar Tentic Rape gegen Knogger Wasserpuls rein weg und erledigt vielen Dank so unser Graf ist ein bisschen angeschlagen wir wechseln einfach mal mit Tentic Rape raus den müssen wir eh ein bisschen hochleveln der muss ja eigentlich unser stärktes Pokémon bleiben und die Karte hier sind wir wieder hallo Boss ah na so treffen wir uns wieder der Präsident bla 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 ist scheißegal ich will hier nur in die Eier treten und dann raus hier ich muss nämlich draußen in die Arena die du versperrst mit deinen Leuten und dazu muss ich erst die ganze Horde ausradieren statt einfach den einen der davor steht Giovanni hallo äh hier nimm mal Wasserpuls oder Megapunch bringt das mehr weiß gar nicht vielleicht Nidoqueen oh Megapunch vielleicht doch nicht nein verwirrt ah jetzt ich meine natürlich nicht verwirrt ich meine paralysiert aber wir haben auch verwirrt das ist praktisch und besiegt natürlich gleich auch Kangaskhan ich weiß nicht was das ist aber wir wir bleiben drin Kangama ist ein Normaltyp oder? wir haben keine Kampfattacken Wasserpuls funktioniert verwirrt selbst verwirrt nein es hat ah nein puh das mit 3 das war knapp und level ab Rehorn Bodentyp schaffen wir es Wasserpuls nein so Schützer gib dein bestes hier nochmal fliegen hoch und runter okay das ist nicht das was ich ein bisschen Sand ins Gesicht streuen bis er begraben ist ist es mir egal hier weg Sand nochmal Sand okay jetzt langsam reicht es mit Sand im Gesicht Flügelschlag bringt wahrscheinlich nichts aber ich meine er kann uns wahrscheinlich kaum noch was antun okay das trifft doch ein bisschen fünfmal gleich obwohl er naja langliebiger Kampf aber wir haben es geschafft und er hat wieder verloren ich habe schon wieder deine Pläne ja ja Team Rocket niemals fallen vielen Dank hallo junger Mann ist das das was ich denke ja aber ich brauch's jetzt gerade nicht ich muss da nichts heilen oder so ich könnte jetzt raus rein aber nein Hallo Herr Präsident mein lieber Junge du hast die Self gerettet ja das mache ich öfters mal ja ja gibst du mir irgendwas ach weil ich reich bin kann ich dir irgendwas geben und ich kriege einen Meisterball vielen Dank du kannst es nirgends kaufen das ist ein Prototyp vom Meisterball du kannst jedes Pokémon fangen das ist schon hart das ja Globalisierung irgendwann gibt es in jeder Tasche heutzutage leider nur sehr selten und wir haben es geschafft wow wir haben es geschafft tatsächlich wir sind ja fertig mit dem ganzen ich könnte jetzt noch überall hin und her aber ich glaube im großen und ganzen haben wir aufgeräumt vierten Flur ich schaue jetzt nur noch ob Türen hier sind so wie hier der hat irgendein Secret oder sie hier die Tür noch geöffnet dann könnten wir hier eigentlich auch nochmal rein wer weiß wo wir hinkommen da und wir kriegen einem drei Pokébälle ein Fluchtseil ein Heiler und einen maximalen Beleber und was macht der alte Mann da hinten Team Rocket Team Rocket ist weg ja sonst ist hier nichts naja dann halt nicht fünften Flur da geht es auch noch du bist frei vielen Dank hier befreien hier einfach noch die Leute das ist ja nicht Protein das sollte ja keiner von Team Rocket sein ja okay doch es ist einer von Team Rocket aber der ist wohl einfach weg hier haben wir noch ein Pokémon TM1 Focus Punch okay cool haben wir noch TM gefunden aber so mit der Zeit hier ich glaube in welchem Flur sind wir jetzt vier da waren wir schon fünf auch sechs können wir mal nur vorbeischauen aber ach da geht es noch rein und wir haben HP ab okay X-Spezial die wir nie gebraucht ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein X-Spezial oder X-Verteidigung gebraucht in allen Pokémon Spielen die ich je gespielt habe es ist so sinnlos danke vielen Dank ja kein Problem hier ja ja natürlich alles danke 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 wir nehmen das Lob natürlich gerne an hier ist zu da geht es noch runter und TM8 kriegen wir oh was war es ich habe es nicht gelesen bestimmt irgendwas super cooles und das war es auch schon ich glaube langsam nähern wir uns dem Ende ich schaue mal kurz hin da haben wir noch was aber so hier unten auch was war hier hier oben ach das ist nur eine ich bin nicht Donnerwelle keiner will es erlernen dann behalt mal hier vielleicht noch auch nicht okay dann ist auch egal fünf Mist zweiten Tour waren wir jetzt im ersten sollte ja nicht sein genau und reden wir noch mit der Frau hier hallo okay die sagt uns nur wo der Präsident hockt ha Freiheit hat auch nur zwei Parts gedauert und ich mache Überlänge schon wieder so vielen Dank für die Heilung jetzt bevor ich den Part beende schaue ich mal kurz oben vorbei ach so jetzt ob da wir können die Arena bestreiten und ich würde sagen das hier ist das hier ist die Arena das daneben war ja ja ich meine natürlich das wusste ich und im nächsten Part machen wir die Arena bis dahin abde so ja bis terrorist